Wir dürfen jetzt die ersten Künstler auf die Bühne bitten. Und es handelt sich um die wahrscheinlich besten lebenden Künstler Österreichs zur Zeit. Das geht aber für alle Künstler, die heute auftreten, muss man sagen. Ja, aber für die ersten ganz besonders. Für die ersten ganz besonders, ja. Man munkelt, sie sind auch privat liiert. Hoffentlich halten sie Elefantenabstand zu Hause. Ja, mal schauen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte Thomas Stipschitz und Katharina Strasser. Vielen Dank. Dankeschön. Hallo Wien! Wo? Schauen wir Sie sich denn. Meine Frau kommt gleich, die muss noch schnell aufs Klo gehen. Schön, dass Sie alle da sind. Dass Sie gekommen sind in so unsicheren Zeiten. Sie wissen es, ja. Ursula Stenzel kandidiert wieder in Wien. Aber ab nächstes Jahr gibt es eine Impfung. Schauen wir mal. Ich bin ja heute für Sie da in meiner Funktion als Tourismusbeauftragter von Stenaz im südlichen Burgenland. Und möchte ein bisschen was erzählen, wie wir auch in Stenaz haben ja sehr viele große Events. Wir haben ja eine wunderschöne Kulturhalle. Also eine Halle. Aber Stenaz war immer ein Knotenpunkt für hochqualitative Rock- und Popmusik. Also in Stenaz in der Halle sind wirklich, da waren richtige Stars da. Stars. Also international Stars. Es war natürlich auch, weil es ist ja eine Märzweckhalle. Es waren auch so Konzerte wie Michelle. Michelle war. Ja, das war sehr interessant. Die ist ja nur so groß. Und beim Michelle-Konzert war es so, du hast zu Eintrittskarten zwei Kohlerot gekriegt. Haben sie vieles getränkert und sind wieder gegangen. Ich sag's deswegen dazu, weil unsere Tochter, die ist jetzt zwei und ist so wahnsinnig Musikbegeistert. Die will unbedingt schon Konzerte gehen. Und die hört den ganzen Tag ihre Kinderlieder. Das läuft ja durch bei uns auf Dauerschleife. Eh die Klassischen. Also kein Blödsinn. Ich bin aber nicht hundertprozentig damit einverstanden. Nein, weil der Sprung von diesen Kinderliedern zu Justin Bieber und Miley Cyrus oder zu dieser Swift. Die Swift. Und da war der Suzuki schon ein Schuss. Das ist kein... Und das will ich nicht. Ich will, dass sie gute Rock- und Popmusik hört. Sie muss ja nicht das hören, was alle hören im Kindergarten in der Schmetterlingsgruppe. Und jetzt habe ich gekauft, ein Plotten, ein Vanillplotten, wo von mir hochgeschätzte Künstler Kinderliedern in ihrem Stil interpretieren. Und das hören wir jetzt auch für Obi. Und da ist zum Beispiel drauf auf dem Album, sie würden nur mehr die Plotten hören. Herbert Grönemeyer, den ich sehr verehre und schätze. Grönemeyer, tolles neues Album rausgebracht. Tumult. Mit einer, wie ich finde, extrem lässigen Version von Backe Backe Kuchen. Das für ein Moment hat geöffnet. Ich zähl von eins bis sie. Wo ist denn bloß der Kuchen geblieben? Zähl mir mir die Stube. Zähl mir nur bis vier. Und dann plötzlich ist er schon wieder hier. Und ich sage, Backe Backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sie im Sachen. Er braucht doch Ei und Schmauz, Zucker und Salz. Und er braucht Mehl und Mehl. Safran, mach den Kuchen geht. Schäbe ihn rein. Schäbe ihn rein. In den Ofen rein. Oh, mach ihn auf. Schäbe ihn rein. Glück auf. Dann ist drauf auf dem Album eine ganz tolle österreichische Band. Eine oberösterreichische Band, die zu Recht in den letzten Jahren den deutschsprachigen Musikraum komplett aufgemischt hat. Bilderbuch. Musik Ja! Hänschen klein, der ging ganz allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut, er ist voller Wohlgemut, aber Mutter meiner Zeit, hat jetzt nun kein Ötchen mehr. Da besinnt sich das Kind und kehrt nach Hause ganz geschwind. Vielen Dank! Vielen Dank! Und den Abschluss auf dieser Platte macht auch eine ganz tolle österreichische Band, die ich sehr sehr liebe und sehr sehr verehre. Die ja an und für sich eh schon recht Kinderlied-ähnliche Melodien komponiert. WANDA! WANDA! Und den langen Hansl, ich verlier die Birnen und die Schuhe noch ganz. Da passt es wieder, Nudel-dicke Dirne und ich trag den schweren Sack mit der großen Birne. Ich sage Schüttel Baby, Schüttel Baby. Schüttelbaby, schüttelbaby, schüttelbaby Schüttelbaby, schüttelbaby, schüttelbaby Schüttelbaby Danke, für dich! Und jetzt die Frau, die meine Kinder geboren hat Katharina Strasser Na ja, hallo, hallo Wien, ich muss das auch mal sagen, ist das nicht schön? Vielen Dank! Ein kleines Durcheinander am Anfang, es war immer so geplant, dass ich erst dann komme Ich war nicht am Klo, also vielleicht war ich auch kurz am Klo, aber es war kein Fehler Sondern das ist unser Ernst gewesen Ich werde auch ein Lied singen und zwar aus meinem Programm Alles für den Hugo Und da spreche ich über die wunderbare Zissi Graner und erzähle von ihrem Leben Wer kennt noch Zissi Graner? Ja, also doch ein paar Menschen über 60 hier, schön, das freut mich Nein, ich bin ja sozusagen die Botschafterin um Zissi Graner, auch den jüngeren Menschen Und dazu meine ich jetzt vor allem auch Leute unter meiner Generation Ich gehöre ja auch langsam schon zu den Älteren Die bekannt zu machen, weil es so wunderbar ist Und sie hat ein Lied geschrieben mit Hugo Wiener, ihrem Mann Da geht es um Fitness Und bei uns ist ja auch der Fitnesswahn ausgebrochen auf der Welt Ja, ich selber bin nicht gefeit, davor im Moment auch voller Elan Und da gibt es ein wunderbares Lied, das heißt die Schönheitspflege Und falls Sie in nächster Zeit wieder mal sehr viel Zeit zu Hause verbringen müssen Man weiß es ja nicht, können Sie gerne dieses Lied nachtanzen Ich werde es Ihnen jetzt mal vormachen Bitteschön Bereits die Römer sagten schon, die Pflege kann nicht schaden Drum pflegten damals die Damen, auch in Eselsmilch zu baden Könnte ich als Hausfrau mir die Zeit so nehmen, wie ich wollte Ich wüsste genau, wie man sich heute pflegen sollte Gleich wenn ich aufstehe, fange ich an Ich freue mich schon, wie toll Ich weiß, wie man den Tag beginnen und beenden soll Wenn Sie morgens erwachen, heißt es Bauchatmung machen Denn das Atmen ist wichtig Also atmen Sie richtig Bauch heraus, Brust hinein Und dann atmen Sie ein Eine halbe Stunde, bitte ungefähr Schmerzen Sie die Muskeln tüchtig Dann ist gut, dann ist richtig Ist die Übung dann getan Halten Sie den Atem an Aber nicht dagegen drücken, denn sonst könnten Sie ersticken Eine halbe Stunde, bitte ungefähr Wenn Sie aus dem Bett steigen, heißt es tief die Knie beugen Einmal rauf und einmal runter, das macht frisch und das macht munter Arme schwenken und dran denken, dass sie ja sich nichts verrenken Eine halbe Stunde turnen, das macht frisch Soll der Blutkreislauf nicht stocken, bürsten Sie den Körper trocken Eine halbe Stunde Grad und dann folgt ein Wechselbad Kalt und warm, warm und kalt, doch beenden Sie es bald Eine Viertelstunde, denn Sie sind kein Fisch Nach dem Badefest frottieren und dann lassen Sie sich massieren Drückt und knetet die Masseuse, seien Sie ihr deshalb nicht böse Wenn's auch wehtut dort, wo's rund ist, denken Sie dran, dass's gesund ist Eine halbe Stunde und Sie sind befreit Und dann gehen Sie spazieren, anfangs ohne zu utrieren Später müssen Sie marschieren, dass Sie tüchtig transpirieren Zwei, drei Stunden schon genügen, Sie werden schauen, wie die verfliegen Dann ins Bett und eine halbe Stunde ruhen Wenn Sie schöne Augen wollen, müssen Sie die Augen rollen Aber ja, nicht übertreiben, denn die können stecken bleiben Sollte dies einmal der Fall sein, kann es Ihnen auch egal sein Denn der Doktor kommt und macht es wieder gut Wollen Sie seidenweiches Haar, gibt's ein Mittel wunderbar Soll es etwas heller sein, geben Sie ein Ei hinein Zehn Minuten wäscht man so und das Ei natürlich roh Spiegeleier sind nicht günstig für das Haar Eine Stunde verwende man zur Pflege der Hände Reiben Sie ins Nagelbett eine Creme, möglichst fett Und dann heiße Kompressen auf das Kinn nicht vergessen Weil nur so ein Doppelking vermieden wird Eine Stunde für den Sport, eine Stunde fürs Make-up Und dann vier Stunden tanzen, denn davon nimmt man ab Nachher eine Stunde turnen, ist man noch so müd und matt Diese Pflege dauert 25 Stunden, ich bin platt Denn da hab ich nicht gegessen und da hab ich nicht geschlafen Weil der Tag nur 24 Stunden hat Vielen Dank, Gary Schuller Dankeschön Und jetzt, wie versprochen, noch einmal Was hast du jetzt gemacht? Ein Bier trunken Ein Bier trunken? Auf das freue ich mich auch schon Wir müssen anzeigen Wir haben noch zwei Minuten 13 Es geht sich aus, es geht sich alles aus Genau Wir haben ja in der Quarantänezeit viel Zeit gehabt nachzudenken Ich geh da her Und wir haben ein paar so Liedchen Kannst du es runter tun, dass man mich sieht? Ja klar Und wir haben so ein Liedchen gemacht über Wir haben ein Lied gemacht über alle Helden und Heldinnen des Alltags Und wollen in das Abschluss vielleicht drei kurze Liedchen aus unserem Zyklus vorspielen Die erste Nummer wäre für alle Postbeamtinnen und Postbeamten im Stile von Lady Gaga Egal bei welchem Wetter, ob's jetzt ringt oder schneit Komm ich mit mein Wagerlklopfe an oder leit Und habt ihr alle Hunde und die Beißen gern in Schrieb Hab ich für solche Fälle eine Dose Juppie mit Schlau, ich bin so schlau Bei D-Wau-Wau Ich mach's nicht satt und dazu auch noch Blatt Es ist hart, es ist hart Heutzutage hat Postler sein Bei Fülle nehmen D-B-D Sie bestellen so viel Schaß Hauptsächlich auf Amazon Und die bieten nur einen Zettel hin Pa-pa-pa Postler sein, pa-pa-postler sein 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 Oh mein Gott! Applaus Das war die Kiritis Komm Ministro Ich habe es jetzt schon wieder Ich habe die Kiritis 's Hier ist aber�� Und schon wieder bu-tuig ач-ga-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-paa-pa-pa-pa-pa. an und steht zu panieren. Ein Hoch auf die Betreuer und die Schwestern, von Osten bis noch Western. Die Menschen motivieren und sie rammern die Wohnung zahm und sie ziehen die Kranken an. So jetzt pfleg, let uns so jetzt pfleg. 24 Stunden lang geben sie Gas und verdienen der Bayerns Schatz. So jetzt pfleg, let uns so jetzt pfleg. Ohne Echt hat's viel gar nimmer geben. Und als Abschluss haben wir noch ein Lied gemacht. Aus unserer eigenen Autobiografie sozusagen. Weil auch Heldinnen und Helden des Alltags waren natürlich auch alle Eltern in der Quarantäne und da haben wir schon auch einiges mitgemacht. Und dadurch, dass unsere Kinder immer Ghostbusters gehört haben, zu der Zeit das Lied. Hat uns das inspiriert zu folgender Nummer? Jawohl. 1, 2, 3, 4. Da is was faul im Legohaus. Wen ruft sie dann? Die Ötta. Es bitt Kakao auf der weißen Wand. Wer wischt das Zaun? Die Öttern! In die Gaggawindl sind wir eingestiegen. Wer braucht Geduld? Die Öttern! Die Schuhe ist zu. Ihr lernt's daheim. Wer kennt sie nicht aus? Die Öttern! Währenddessen kocht man gesundes Essen. Doch das kannst vergessen. Sie haben es nicht einmal gekost. Sie wollen nix wissen von Zucchini bissen. Weil das schmeckt beschissen. Gibt's halt wieder einen Toast? Und am Arm sind wir komplett mirt. Wer hat keinen Sex? Die Öttern! Es ist so schön in der Quarantäne. Man kriegt so viel Druck vor die Kinder. Tata! Vielen Dank! Danke schön! Viel Spaß noch! Es wird fantastisch! Kathi Strasser, Thomas Stübschitz, meine Damen und Herren! Sensationeller Auftritt! Da wünscht man sich vor Lachen schon ans Beatmungsgerät. Das ist ein Mal. auf den Knie auf den Knie auf den Knie auf den Knie